Hi und Willkommen zu einem neuen Tag. Wir räumen die aller allerletzten Bruchstücke dieses Betonbohnens weg, auch wenn ihr langsam bestimmt nicht mehr glaubt, dass es die letzten sind. Wir haben Besuch von Marco, der ist schon oben im ersten OG und wahrscheinlich werden wir heute vorrangig im ersten OG arbeiten. Wir machen weiter im ersten OG und ich schlage jetzt als nächstes Fliesen ab mit diesem Gerät. Sohn Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.